Dieses zu veräußernde 10-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Maikammer. 1986 wurde dieses Haus erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 633 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 230 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 465.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017